Nein, wir spielen Rundlaufen. Nein, wir spielen Rundlaufen. Nein, wir spielen Rundlaufen. Ich bin gut. Rundlaufen. Jetzt filmt er jetzt. Na, ey. Was war denn? Warte mal. Was ist denn jetzt Spaß? Ja, was? Ich glaube, er kann nicht gehen. 1-1 ist doch top. Dann geht jeder mit einem guten Gefühl nach Hause machen. Nein, ich glaube, ich habe einen Sieg. Das ist ja anders. Verstehst du? Das ist ja diese Kante. Das ist die Kante. Wenn ihr hier hinten gespielt ist, ist es okay. Aber wenn ihr da gespielt ist, dann geht's. 1-1. hoch, hoch. Nein! 2-2. Ist das geil. Ja, Leute. Das war die obere Kante, oder? Was ist denn? Was ist denn? 5-2. 5-2. 5-3. 5-3. 5-3. Ja! Ja! Das ist der Wichtige! Ja! 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 Weißt du was das Spiel ist? Das Spiel schon längst vorbei wäre. Bis 11! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 4! Ja! Ich raste gleich aus, was ich wieder verfehl habe. Kein Hass! Kein Hass! Sechs Hass! Ich raste nicht! Richtig! Die Bremse da rein zu kommen! Richtig! Der Typ ist schwer! Schwer voll! Top hier, Schatz! Du musst aber auch Finger da holen bei deinem Partner! 8-5! Dann krieg ich meinen Partner! Jetzt brauchen wir noch so viel Lacks dazu! 8-5! Wir wissen gar nicht wie! 9-5! Straf! Matchball! Eierstecke! 9-5! Matchball! Matchball! 2! 1! 2! 1! 2! 2! 1! 1! 2! Morgen Revanche. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal was ich mit dem Tisch gemacht hab. Wir müssen erstmal Arbeit investieren. Ja, wir müssen erstmal deinen Tisch bestellen.